na hallo da sind wir wieder bei super mario wir waren hier stehen geblieben ich bin ein bisschen aus der übung nicht das problem und hier kommt das schwierigste level von 1 jetzt ernsthaft das schwierigste level von 1 ich habe mich schon mal gut ausgerüstet habe schon mal viele leben wegen die geistern die jetzt kommen hier so die geister haben wir schon mal in doll guckst du mich an guckst du mich auch an wo auch wo auch gucken sie mich beide an nein nein du sagst mir nicht so angucken nein Okay, das war wirklich Beschissen Ha! Ein Pilz Ich hab's noch gut gemacht Schneller Wir sind einfach gut Und Ähm Da Da haben wir das Level Wir sind einfach gut Und das beim ersten Versuch Woah Da ist ein großer Bowser Wir sind in der Fassung vom Bowser Woah Das war einer meiner Lieblingslevel Wegen den ähm Ich weiß nicht mal wie diese Viecher heißen Ich weiß nicht mal wie die heißen Ich weiß nicht mal wie die heißen Jetzt Runde Oh Drei Leben Das sieht immer schön aus Hier sind zwei Oh Hier gucken mal Ein paar Ne Nein Verdammte Und das hat noch mein nächstes Mal gebracht Ist es gut wenn ich Ja Ist okay wenn ich runter falle Ähm Ja Nix da Das geht doch nicht die abkürzung da war oder genau diese hier ist so eine abkürzung die gar nicht mal so einfach was war das denn das nächste mal weiß ich bescheid alter ernsthaft jetzt bin ich wieder klein ich muss überall ja ein pilz ein pilz ein pilz die flüge wasser bringen die noch mal die verstecken wir schnell rennen ok da darf ich nicht durch es hat mich erledigt ok schneller ich verkeh' ich brauche nur noch falle 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 ich falle doch nicht in eine falle rein schnell wie war noch mal die abkürzung da kann ich mir mal die münzen schnell holen wenn wir schon mal bei sind ok ne 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 ah ok ich verstehe das nicht okay wo war anno wie war nochmal die abkürzung da hier war nochmal die abkürzung drag 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 Nein, jetzt weiß ich wieder, wo die Abkürzung war. Und nochmal das Level, ich will die, ich möchte die Abkürzung. Ich möchte den Geheimsack. Ja, ja. Ich weiß, hier ist es so schön. Zack. So. Alter. Ernsthaft. Scheiß Flatter. Vielleicht Fledermausch. Geh dich rein Fledermausch. Alter. 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 Geh doch. Alter. 꼭. Das ist schon ein bisschen Ich habe schnell hoch und runter So geht das Wuuu Die Yoshiköin Ha 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 Das sieht man ja nicht Alter, genau wie gerade Genau wie gerade Genau wie gerade Was kommt so was Äh Ich muss nochmal warten Das ist doch total nervig So kurz Münzen Huuu Huuu Hannii Ha! Und? So, jetzt versuche ich es nochmal. Alter, wie soll man das schaffen? Ich gebe es so lange nicht mit der Abkürzung zu Ende, bis ich es geschafft habe. Das geht doch schon nicht. Geht es mal in Ernst? Das geht so nicht. So, da war eine Fledermaus, da auch. Ha! Das muss man erstmal nachmachen. So, 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 so und so und jetzt kommt wieder die lange Zeit. Moment mal. Ach, da war doch eine Feder. Fast ja perfekt gerade, wie ich durchgegangen bin. So. Gute Nacht. Geht's mal schneller. Hier. Da. Nirgendwo. Okay. Ich springe hier rum, wie ein Verrückter. So. Verdammt. Ich versuche es. Ich versuche es. Das muss doch irgendwie gehen. Das muss doch irgendwie gehen. Nee, oder? Nee, oder? Das muss doch irgendwie gehen. Das war's. Jetzt gebe ich auf. Das reicht mir. Das machen wir ein anderes Mal. Ich gebe mir zu sehr auf die Nerven. So, einfach so. Oh, ich hasse dir so abkürzeln einfach. Oh, ich hasse dir so abkürzeln. Hä? Ich muss irgendwas gedrückt haben. Dass es ausgelöst hat. Alter, das sieht doch mal geil aus. Ah, ich bin aufsteigekommen. Okay, wir versuchen es einmal noch. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Wieso blöd? Ernsthaft? Alter, ernsthaft? Ich kann nicht zurück. Ich stelle mich auch gerade so blöd an. Hier ist doch so eine Feder. Hey, los. Geh doch. Verdammt, ey. Das war haarscharf, ey. Ihr habt das jetzt nicht gehört. Fick dich. Diese Scheiß-Uhr hat mein Handy. Die hat mich einfach... Hat mich voll abgelenkt. Bei meiner Kürzeln-Razierer. Jetzt nochmal. Alter. Ernsthaft? Muss das sein? Und... Ich kriege ja noch gerade... Meine Arm tut langsam weh. Und wer tut das? Sag ich euch nicht. Das ist ein Geheimnis. Oh, nochmal war es... Nochmal war es so schlimmer. Alter. Er macht ein paar Dehnübungen, der Mario. Der Mario macht ein paar Dehnübungen. Ein paar schnelle Dehnübungen, nur zu sagen. Ja. Das macht er jedes Mal, wenn er in einem Level drin ist. Wenn er irgendwo drin ist. In einer Hölle, in einem Schloss, in ein... Was weiß ich was... Was weiß ich was... Boah. Mein Arm. So. Da ist das Rohr. Ernsthaft? Boah. 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 So müsste das funktionieren doch. 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 So müsste das funktionieren doch schon kommen. So müsste das funktionieren doch. Gerne euch interessieren, wie euch das Video hier so war. Und dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.